Musik Eine weitere Neuheit bei Sun Living ist unser Modell Lido M45SL. Dieses Fahrzeug ist ein teilintegiertes Reisemobil mit Hubbett und Einzelbetten und das Ganze auf einem sehr kompakten Maß von roundabout 7 Metern. Die Highlights dieses Fahrzeuges sind die große Garage im Heck unter den Einzelbetten, die große Sitzlandschaft hinter dem Fahrer- und Beifahrersitz mit einem extra breiten Tisch, das bequeme Hubbett, das auch im abgesenkten Zustand einen freien Eingangsbereich bietet, die ganz bequemen Einzelbetten mit Lappenrost und Kaltschaummatratzen, wobei auch das Kopfteil in der Höhe zu verstellen ist, inklusive einer Doppelbettfunktion. Der Kleiderschrank befindet sich direkt in ganz bequemer Art und Weise neben der Eingangstür. Lido M45SL – ein Modell, das seinesgleichen sucht. Lido M45SL